Das Hotel Atlantik liegt in Budapest in Budapest-Region. Das Hotel Atlantik ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. 10 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 10 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Service Der Service des Hotels ist überragend, was sich besonders in der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Fremdsprachenkenntnisse des Personal widerspiegelt. Gäste bewerten den Service mit 5,8 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,7 Sonnen bewertet. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,2 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 3,9 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur 2 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.